Ja, da sind Sie. Mit Spannung erwartet die FAQ zur Inflationsausgleichsprämie, die neuen § 3 Nr. 11c Einkommenssteuergesetz. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Das BMF hat am 7. Dezember die FAQ, die meistgestellten Fragen, zum Thema Inflationsausgleich beantwortet und diesen FAQ-Katalog wollen wir mal gemeinsam durchgehen. Deswegen, ich hatte Ihnen ja, sofern Sie bei mir bereits Teilnehmer im Seminar zur Inflationsausgleichsprämie waren, versprochen, noch ein kleines Update zu liefern, sollten die FAQ kommen und sich was Grundlegendes geändert hat. Auch wenn Sie das nicht gehört haben, wird das mit Sicherheit von grundlegendem Interesse für Sie sein. Deswegen lassen Sie uns direkt starten, worum geht's. Zunächst mal, das Ganze bezieht sich auf eine Regelung im Einkommenssteuergesetz, dass es Arbeitgebern ermöglicht, nun bis Ende 2024 einen Betrag bis zu 3.000 Euro steuerfrei zu leisten zur Kompensation der gestiegenen Preise, also zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise. Das Ganze kann grundsätzlich an alle Arbeitnehmer gezahlt werden. Arbeitnehmer ist hier steuerrechtlich definiert in § 1 Lohnsteuerdurchführungsverordnung. Das ist jeder, der weisungsgebunden seine Arbeitstätigkeit gegen Entgelt zur Verfügung stellt, ob das jetzt Vollzeit oder Teilzeit, kurzfristig beschäftigt, Minijobber, Aushilfe, Azubi ist, das ist vollkommen egal, auch in Kurzarbeit, Elternzeit, Langzeitkranke, Bufdies, wie sie heißen, die Bundesfreiwilligendienstleistenden, ehrenamtlich Tätige, sofern sie denn Arbeitnehmer sind. Das heißt, ich muss schon organisatorisch eingegliedert sein und auch grundsätzlich dafür ein Entgelt erhalten, außerdem Vorstände, Gesellschafter, Geschäftsführer, gesetzliche Vertreter, wenn sie denn neben der Organschaftsfunktion auch Angestellte des Arbeitgebers sind. Auch in der passiven Phase der Altersteilzeit kann das Ganze gezahlt werden, genauso wie Betriebsrentner oder auch Vorruhstandsgeldempfänger. Die einzige Einschränkung, die es bei angehörigen Arbeitsverhältnissen gibt, sind die generellen steuerlichen Anerkennungen. Das heißt, das Ganze muss zivilrechtlich wirksam, schriftlich, im Vorhinein vereinbart sein. Es muss auch materiell fremdüblich sein, das heißt inhaltlich dem zwischen fremden üblichen entsprechen. Das ist der sogenannte Fremdvergleichsgrundsatz, der ist immer im Steuerrecht zu beachten. Es darf halt nicht eine reine Fake-Beschäftigung sein, die tatsächlich überhaupt gar nicht praktiziert wird, sondern es muss eine Dienstleistung erbracht werden, eine Tätigkeit, die dann vergütet wird. Und wenn dann im Rahmen dieser Dienstleistungsvereinbarung, wie bei allen anderen Arbeitnehmern auch, eine solche Prämie gezahlt wird, dann ist das grundsätzlich auch steuerlich in Ordnung. Es ist auch vollkommen unerheblich, wie lange das Dienstverhältnis bestanden hat. Theoretisch könnten Sie das sogar am ersten Tag der Probezeit machen. Das ist vielleicht arbeitsrechtlich nicht die allersinnvollste Entscheidung. Dann ist der Mitarbeiter wieder weg und die 3.000 Euro nimmt er mit. Aber grundsätzlich ist es mit Ausnahme von gefakten Dienstverhältnissen vollkommen egal, wie lange Sie dabei sind, ob Sie sich in Probezeit befinden oder nicht. Diese 3.000 Euro können in beliebigen Raten und Beträgen auf den gesamten Förderzeitraum, das heißt vom 26. Oktober bis zum 31. 12. 2024 verteilt werden. Ob Sie das Ganze jetzt auf einen Schlag ausbezahlen oder 2022, 23 und 24 jeweils 1.000 Euro zahlen. Ob Sie jetzt 2.000 zahlen, im nächsten Jahr 500 und dann 24 nochmal 500, das ist vollkommen egal. Sie können das beliebig stückeln, monatlich, ratierlich, willkürliche Beträge oder alles auf einmal, solange Sie in Summe 3.000 Euro nicht überschreiten. Das Ganze ist ein Gesamtbetrag von 3.000 Euro für den gesamten Zeitraum, also nicht jedes Jahr 3.000 Euro, sondern einmalig bzw. in Summe von 2022 bis 2024. Ob das Ganze in Form von Geldleistungen oder Sachleistungen bezahlt wird, ist vollkommen unerheblich. Sie können also theoretisch auch Gutscheine, PKW-Überlastungen oder andere Sachbezüge gewähren, wenn Sie denn dem Grunde nach der Kompensation der gestiegenen Verbraucherpreise dienen. Das ist der Betrag, den ich offengestanden persönlich mit großer Spannung erwartet habe, nämlich eine Darlegung, wann denn ein neues Dienstverhältnis vorliegt. Denn grundsätzlich ist das Ganze kein arbeitnehmerbezogener Höchstbetrag. Das heißt, Sie kriegen nicht einmal 3.000 Euro pro Nase, sondern Sie bekommen pro Dienstverhältnis 3.000 Euro. Und das bedeutet, wenn Sie jetzt neben dem Hauptarbeitsverhältnis vielleicht noch einen Minijob woanders haben und auch dieser Arbeitgeber würde Ihnen die 3.000 Euro zahlen, dann können Sie auch zweimal 3.000 Euro steuerfrei kassieren. Und wenn man den Arbeitgeber wechselt, dann kann man das auch dreimal. Und wenn man den häufiger wechselt, kann man es auch viermal oder fünfmal. Solange das alles fremdübliche Arbeitsverträge sind und Sie genügend Arbeitgeber finden, die Ihnen am ersten Tag der Probezeit direkt mal 3.000 steuerfrei in die Hand geben und dann akzeptieren, dass Sie nach einem Monat wieder weg sind, könnte man also theoretisch 24 mal 3.000 Euro oder auch noch mehr, wenn man mehrere Dienstverhältnisse nebeneinander hat, bekommen. Die Frage ist natürlich irgendwann, ob das noch ein ernsthaft betriebenes Dienstverhältnis ist. Und wenn Sie jetzt einen Cousin quasi in der gesamten Firmen der Familie durchreichen, dann könnte das schon als missbräuchlich von der Finanzverwaltung gewertet werden, wenn das denn erstmal nachvollzogen werden kann. Aber es gibt ja auch ein paar legitime Konstellationen. Was ist, wenn ich ein Einzelunternehmen in eine GmbH einbringe? Was ist, wenn ich zwei Einzelunternehmen in eine Partnerschaft zusammenbringe? Und da kommt eine Aussage vom BMF, die zwar sich so nicht zwangsläufig aus dem Gesetz ergibt und deswegen nicht richtig ist, weil sie hier steht, aber damit ist zumindest mal die Position der Finanzverwaltung deutlich. Wenn es eine zivilrechtliche Gesamtrechtsnachfolge gibt, das wäre übrigens auch in Erbfällen der Fall, oder bei Betriebsübergängen nach § 613a BGB, dann haben Sie zwar einen neuen Arbeitgeber, der führt aber die Rechte und Pflichten des bisherigen Arbeitgebers fort und damit haben Sie, wenn man so möchte, kein neues Dienstverhältnis, sondern eben nur einen neuen formaljuristischen Arbeitgeber. Und in diesen Fällen sagt das BMF, dass kein neues Dienstverhältnis vorliegt. Das heißt, wenn ich jetzt als Einzelunternehmer meinen Mitarbeitern 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie gezahlt habe und würde dann mein Einzelunternehmen in eine GmbH einbringen, dann kann ich mit der GmbH das Ganze nicht nochmal neu machen. Alle anderen Konstellationen bedürfen immer der Überprüfung im Einzelfall, insbesondere zu den Wechseln in einem Konzern. Wenn ich zum Beispiel von der 100%igen Tochtergesellschaft A GmbH zur 100%igen Tochtergesellschaft B GmbH derselben Konzernmutter wechsle, da sagt das BMF hier überhaupt gar nichts. Da wird man im Zweifelsfall die Rechtsprechung abwarten müssen. Aber Fakt ist, wenn ich einzelvertraglich meinen Arbeitgeber wechsle, dann ist das Ganze weder ein 613a noch eine Gesamtrechtsnachfolge. Es ist einfach ein neuer Arbeitgeber. Und dass der zufälligerweise dieselbe Konzernmutter hat, spricht zumindest weder der Gesetzeswortlaut noch hier diese FAQ dagegen. Dann die Frage, ob man die Gewährung der Inflationsausgleichsprämie an bestimmte Bedingungen knüpfen kann. Wie zum Beispiel, dass ich im ungekündigten Arbeitsverhältnis bin, dass ich die Probezeit rum habe oder dass ich mindestens 10 Jahre zum Betrieb gehöre. Das ist letzten Endes eine arbeitsrechtliche Frage. Das hatte ich auch im Seminar schon gesagt. Das muss man im Einzelfall arbeitsrechtlich prüfen lassen. Und so wenig wie der Steuerberater sich da im Regelfall zu hinreißen lassen wird, mal eben nebenher arbeitsrechtliche Aussagen, die er weder überblickend noch verantworten kann, zu treffen. Lässt sich das BMF hier aufs Glatteis führen? Die sagen ganz eindeutig, das ist arbeitsrechtlich. Das ist nicht unsere Baustelle. Habe ich sogar Verständnis für. Das ist halt das Bundesfinanzministerium und nicht das Bundesarbeits- oder das Bundesjustizministerium. Grundsätzlich herrscht ja Vertragsfreiheit. Und der Arbeitgeber kann entscheiden, wem er was zahlt. Es gibt blöderweise das AGG. Und wenn Sie da aus nicht sachlich gerechtfertigten Gründen manchen das gewähren und manchen nicht, dann könnte sich daraus ein Zahlungsanspruch für die zu kurz gekommenen ergeben. Und sollten Sie sowas vorhaben, kann ich Ihnen nur dringend raten, sich vorher anwaltlich beraten zu lassen, was Ihr Fachanwalt für Arbeitsrecht Ihnen dazu rät. Jetzt ist das Ganze ja von der Intention des Gesetzes dafür gedacht, die gestiegenen Verbraucherpreise zu kompensieren. Die Frage ist, inwieweit muss das jetzt eindeutig zum Ausdruck kommen? Es muss halt für die Finanzverwaltung irgendwie nachvollziehbar sein, dass Sie sich auf diese Motivation beziehen. Also der Inflationsbezug muss da sein, ob Sie das jetzt durch eine umfangreiche schriftliche Formulierung oder einfach durch die Bezeichnung Inflationsausgleichsprämie auf der Gehaltsabrechnung machen. Das ist vollkommen unerheblich. Beides ist zulässig. Es muss auch als solches im Lohnkonto aufgezeichnet werden. Das macht aber in aller Regel Ihr Steuerberater oder sonstiger Lohnabrechner als Dienstleistung für Sie, indem man nämlich die Gehaltszettel als Kopie mit aufbewahrt. Und dann haben wir ja in dem Andruck auf der Gehaltsabrechnung mindestens als steuerfreies Einmalentgelt, Inflationsausgleichsprämie genau diese Dokumentation im Lohnkonto vorgenommen. Ob das Ganze jetzt als Weihnachtsgeld ausbezahlt werden kann oder nicht, das hängt entscheidend davon ab, ob Sie das Weihnachtsgeld ohnehin schulden. Wenn Sie es einzelvertraglich oder tarifvertraglich oder auch nur arbeitsrechtlich aus betrieblicher Übung schulden, dann können Sie jetzt nicht hingehen und ein ohnehin, ob arbeitsvertraglich oder aus Gewohnheitsrecht geschuldetes Weihnachtsgeld, nicht zahlen und stattdessen diese Inflationsausgleichsprämie, weil nämlich dann ist es nicht zusätzlich, sondern anstelle von ohnehin geschuldetem Arbeitslohn. Ob Sie aus betrieblicher Übung Weihnachtsgeld schulden, das hängt auch wieder davon ab, wie oft haben Sie es schon gewährt, haben Sie die Freiwilligkeit wirksam vorbehalten und wenn Sie da nicht sicher sind, gilt dasselbe wie gerade, fragen Sie bitte einen Fachanwalt für Arbeitsrecht oder sonstig versierte Rechtsanwälte, die sich da zur Auskunft berufen fühlen. Das ist rein Arbeitsrecht und wenn der Anwalt sagt, das Ganze ist arbeitsrechtlich noch nicht zwangsläufig geschuldet, dann können Sie das machen, ansonsten würde ich eher davon abraten und dann vielleicht lieber im Februar nochmal eine Zahlung leisten. Ja, dann gab es ein bisschen Irritation, weil natürlich viele auf die ersten Pressemeldungen am 10. Oktober oder so, dass diese Inflationsausgleichsprämie beschlossen sei, aufgesprungen sind und direkt mal ausgezahlt haben. Fakt ist, dass das Gesetz von Anfang an im Gesetzeswortlaut vorgesehen hat, dass es erst am Tag nach der Verkündung in Kraft tritt und das war der 25. Oktober, so steht jetzt auch konsequent im Einkommenssteuergesetz, dass das Ganze gilt für Leistungen vom 26. Oktober bis zum 31. Dezember 2024. Und so mancher Frühstarter hatte jetzt gehofft, dass es vielleicht in diesen FAQ so eine Art Billigkeitsregelung gibt, dem ist nicht so. Das BMF sagt zwar, wenn die Zusage vor dem 26. Oktober erfolgt ist, das ist unschädlich, aber die Auszahlung muss nach dem 25. Oktober erfolgt sein. Wenn Sie bereits am 15. Oktober im Überschwang der Begeisterung die Inflationsausgleichsprämie gezahlt haben, dann erfüllt Sie ganz eindeutig nicht die gesetzlichen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung, ist als solche steuerpflichtig und müsste dann, um die Steuerbefreiung zu nutzen, nochmal gezahlt werden. Wenn Sie die Zusage vor dem 25. Oktober gemacht haben und die Zahlung erst danach erfolgt, dann ist alles gut. Es gilt das sogenannte Zuflussprinzip. Das heißt dann, wenn es beim Arbeitnehmer ankommt und wenn das nach dem 25. Oktober war, dann fällt es zumindest mal in den Förderzeitraum dieses Inflationsausgleichs. Ja und die Tatsache, dass das Ganze dann vielleicht tarifvertraglich oder durch eine Betriebsvereinbarung geschuldet ist, das ändert nichts daran, dass die ursprüngliche Einräumung dieses Rechtsanspruchs freiwillig erfolgte. Das heißt, wenn ich natürlich als Arbeitgeber erstmal in den Tarifvertrag eingewilligt habe, dass ich diese Zahlung leiste, dann ist es danach nicht mehr freiwillig. Aber die Einwilligung in den Tarifvertrag, die war freiwillig, wenn es über den zum Zeitpunkt der Zusage oder der Vereinbarung hinaus geltenden Arbeitslohn gewährt wurde. So, jede Form von Umwandlung von bestehenden Vergütungsansprüchen in eine solche Inflationsausgleichsprämie funktioniert nicht. Mit einer Ausnahme, die durchaus großzügig ist, denn das BMF akzeptiert, wenn ich Überstunden, auf die kein Entgeltzahlungsanspruch besteht, sondern lediglich ein Freizeitausgleich damit abgelte. Das heißt, Sie haben 50 Überstunden, die Sie eigentlich abbummeln könnten und vereinbaren mit Ihrem Arbeitgeber, dass Sie statt dieser 50 Stunden 1.000 Euro Bonus bekommen. Dafür ist das Guthaben weg. Wenn Sie ohnehin die Möglichkeit gehabt hätten, sich die Überstunden auszahlen zu lassen, dann kann das Ganze nicht alternativ durch einen Inflationsausgleich erfolgen. Wenn aber für Sie lediglich die Möglichkeit bestanden hätte, im Rahmen einer Gleitzeitvereinbarung, das Ganze irgendwann wieder abzubummeln oder abzufeiern und Sie stattdessen jetzt eine Vergütung in Geld bekommen, dann kann das Ganze auch zur Überstundenkompensation steuerfrei gezahlt werden, wenn es denn den Zusatz trägt, Inflationsausgleichsprämien. Ja, teilweise wiederholt sich das Ganze so ein bisschen immer wieder dieselben Themen. Entweder ich zahle das Ganze anstelle einer ohnehin geschuldeten Leistung, dann ist es nicht steuerfrei oder es wird wirklich tatsächlich on top und zusätzlich gewährt, dann ist diese Zahlung steuerfrei. Das Ganze kann auch neben anderen steuerfreien Leistungen, wie zum Beispiel dieser 50-Euro-Freigrenze, dieser steuerfreie Sachbezug pro Monat, gewährt werden. Auch bis zum Jahresende noch möglich der Corona-Pflegebonus. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel bei einem Arztkrankenhaus, Dialyseeinrichtung oder anderen medizinischen Arbeitgebern beschäftigt sind, dann haben die ja noch bis Jahresende die Möglichkeit, auch bis zu 4.500 Euro Corona-Pflegebonus zu zahlen. Und theoretisch könnten die jetzt die 4.500 Corona-Bonus plus die 3.000 Inflationsausgleich auskehren und dieses Jahr noch 7.500 Euro zahlen. Das ist natürlich nicht notwendig. Man könnte auch dieses Jahr noch eine Zahlung auf dem § 4 Nummer 11b, nämlich dem Corona-Pflegebonus begründen, und sich dann einfach die 3.000 Euro für zusätzliche Zahlung in den Jahren 2023 und 2024 aufbewahren. Das Ganze funktioniert auch bei einem Minijob, ohne dass ich meinen sozialversicherungsrechtlichen Status als Minijobber verliere. Der Inflationsausgleich unterliegt keinem Progressionsvorbehalt. Das heißt, der ist wirklich echt steuerfrei und erhöht auch nicht die relative Steuerlast auf mein übriges Einkommen. Das Ganze wird nicht in der Jahreslohnsteuerbescheinigung ausgewiesen und auch nicht vom Arbeitgeber elektronisch an das Finanzamt mit übermittelt. Warum auch? Es ist ja ohnehin steuerfrei. Allerdings muss der Arbeitgeber das Ganze im Lohnkonto aufzeichnen. Wie gesagt, wenn Sie das nicht selber machen, dann wird das in aller Regel Ihr Lohnabrechner, im Zweifel Ihr Steuerberater für Sie machen. Diese Inflationsausgleichsprämie ist nach § 1 Sozialversicherungsentgeltverordnung sozialversicherungsfrei, weil derartige steuerfreie Sonderzahlungen, ob sie jetzt als Einmalprämie oder auch als vorübergehende zeitliche Zulage gewährt werden, grundsätzlich nicht sozialversicherungsrechtlich als Entgelt unterliegen. Und dann noch eine Frage, die natürlich viele in der Lohnabrechnung interessiert. Kann man denn jetzt eine solche Inflationsausgleichsprämie fänden? Und anders als in manchen anderen Regelungen, zum Beispiel die Energiepreispauschale für Rentner, wo explizit im Gesetz drin steht, dass man die nicht fänden kann, fehlt eine solche Regelung in diesem Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Erdgas, mit dem diese Inflationsausgleichsprämie eingeführt wurde. Die Konsequenz ist, es gilt das ganz normale Zivilrecht. Und das besagt, wenn ich Arbeitslohn bekomme, der Netto die Pfändungsfreigrenze übersteigt, dann muss die Lohnpfändung beachtet werden, soweit sie eben wirksam ist. Und das heißt im Ergebnis auch in Ermangelung einer Sonderregelung, dass eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie, wenn ich sie jemandem gewähre, auf dessen Gehaltskonto eine Lohnpfändung drauf ist oder eben eine Gehaltspfändung direkt beim Arbeitgeber erfolgt, dass dann alles, was über den Pfändungsfreibetrag erfolgt, dann unmittelbar an den Gläubiger geleistet wird. Ja, das waren die FAQ. Die beantworten beileibe noch nicht alle Fragen, insbesondere viele interessante Fragen zu multiplen Arbeitgeberwechseln innerhalb der nächsten zwei Jahre, bleiben offen und werden uns noch weiter beschäftigen. Aber das ist es, was man ergänzend zum Gesetzeswortlaut jetzt schon aus den FAQ entnehmen kann. Sollten die sich in der Zukunft noch mal ändern, halten wir sie natürlich informiert. Wenn Sie darüber hinaus Einzelfragen haben, können Sie sich natürlich auch gerne im Rahmen von Beratungen an Ihren Steuerberater wenden. Bis dahin, das war es für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihr Lukas Hendricks.